so herzlich willkommen leute zum neuen let's play von ich hab schon wieder diesen namen zum dritten mal vergessen game core ok ich werde zumindest noch eine beschreibung reinfügen oder irgendwie ins video ja also ein bisschen grusel map mäßig gemacht ja ich weiß nicht anhandlung nimmst du auf was machst du wie du möchtest also ist eine entscheidung alles da nur ich auf und ja das ist mein dritter oder vierter versuch schon mit dieser map die erste ist leider in die hosen gegangen mit schottigern mitten im spiel einfach weil sein pc glaube ich einfach runtergefahren ist zweite da waren wir zu viert haben einfach nur alles hier das menü mit kuh geöffnet haben einfach alles gespawnt und haben versucht uns gegen sich zu töten das video werde ich auch noch mal hochladen weil es einfach mal lustig ist und ja jetzt spielen wir es wirklich mal richtig ja du hast eine waffe ja perfekt ich versuche nur noch ein bisschen leise zu machen das ist wieder mal ein bisschen zu laut okay ja können wir so dann wollen wir mal okay hier kommen wir nicht weiter ich wusste es natürlich nicht dass hier nicht weiter geht ja das ist ja 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 jetzt ja ja ich habe mich bei der ersten aufnahme habe ich die total übersehen einfach nur zusammen mit schottig hätte ich jetzt auch ja Ja, also die sind überall versteckt, die müssen halt einen Weg finden, wie wir das am besten machen. Ich glaube, hier lang. Drüben kannst du lang gehen. Hier? Genau. Ja. Boah, geil. Dein Ernst, bist du ruhig denn? Oh, ich hab's schon gedacht. Dann hätte ich mich ganz schön verarscht gefühlt. Ja, finde ich auch irgendwie ein bisschen lustig. So. Ne, hier ist nichts. Ja. Hast du ja gar nicht lustig? Oh, fuck. Das hat ich aber gerade übelst vergessen, Alter. Richtig vergessen. Ich hab mich gerade auch ganz schön erschrocken. Schlecht nicht. Kannst du dich nehmen? Äh, nehmen die, ey. Puh. Hier ist Moon, ne? Kannst du mit E aufnehmen? Ich bin also spendabel. Oder was? Ich hab, äh, über 300. Achso, ja, okay. So. Achso, da drüben ist er auch hin. Gehen wir da durch. Ganz übersehen. Und das sieht doch da drüben einladend aus. Oh, ja. Oh ja, auf jeden Fall. Das ist auch noch ein Lüftungsschacht. Mhm. Ein dunkler Gang. Ja, das sieht doch perfekt aus. Hier ist ein Käfig, da ist irgendwas entfleucht. Was ist denn? Okay, richtig? Mhm. Mhm. Jo, dann entscheide du mal, worüber wir lang gehen. Wo ist denn die Kamera? Hätte sein können, dass da irgendwas ist. Alter. Ich hab's gerade ein bisschen geschauten. Was? Okay. Das passiert bei mir zu Hause auch immer mit den ganzen, äh, Tischen. Ja. Da hab ich schon eine riesengroße Kiste, deswegen. Ähm, ja, okay, wir haben bis jetzt noch nichts gefunden. Wir brauchen vier, äh, Förmchen dafür. Okay, wir sind gut. Wir sind schon mal richtig gekommen. Also von dort kam mir das vielleicht schon. Ah, hier, hier. Das, genau, das hab ich immer übersehen. Hier, das sind die. Die sind so ganz unscheinbar. Diese Förmchen. Deswegen, die fallen überhaupt nicht ins Auge. Ich bring das mal schnell dahin. Ja, das erste haben wir schon mal. Alter. Das wird sehr lustig sein, alles zu finden. Ach, hier rechts geht's ja auch lang. Ach, nee, stimmt, hier waren wir schon. Ach, hier waren wir schon. Aber können wir ja nochmal gucken, ob wir irgend so ein Förmchen übersehen. Oh, ich hab mich gerade übelst einfach was schrocken, Alter. Obwohl wir hier schon mal gewesen sind und die sich alle umgebracht haben. Dein Ernst? Ach, du Kacke. Okay. Wie weit bist du eigentlich mit Schottigern gekommen? So weit sind wir noch nicht gekommen. Also wir haben, glaub ich, ein Förmchen gefunden, das dreieckige. Aber das hab ich schon wieder vergessen, wo das ist. Aber den ganzen Rest hatten wir noch nicht gefunden. Also die beiden hatten wir auch noch nicht gefunden. Das ist das falsche. Genau. Dann laufen wir mal hier durch. Ja, in der Grundschule hab ich das auch noch nie gekonnt. Zum dritten Mal sind wir jetzt hier. Ja. Wahrscheinlich noch nicht mal das letzte Mal. Ja, genau. Warum lässt du mich hier alleine? Wieso gehst du da weiter? Da kam mir das erste Mal in diesen komischen Raum. Sicher? Ja. Das hat alles einen tieferen Sinn. Auch wenn er sich dir noch nicht erschließt. Mir zwar auch noch nicht, aber der wird noch einleuchten. Okay. Und? Weißt du, wo wir sind? Ja, ich weiß, wo wir sind. Ich wollte auch genau hier hinkommen. Weil wir müssen nämlich da durchgehen. Ganz sicher. Und also müssen wir ja nochmal gucken, ob hier irgendwo die Förmchen sind. Weil darauf haben wir beim ersten Durchgang nicht geachtet. Achso. Genau. Können wir auch hier verstecken? Oh mein Gott. So. Ich will nur mal kurz was gucken. Irgendwas ist gerade mit meinem TeamSpeak. Bleib mal bitte stehen. Ich bin gerade am stehen. Wait. Warum? Warum? Warum hast du das? Ich bin sterben. Okay. Hinter dir ist auch was. Okay. Und wo kommen die jetzt? Ich habe hier schon schon. Keine Ahnung. Oh. Ja, also keine Ahnung, ne? Also, okay. Irgendwie waren es wir hier zwischen der Räsen. Ja. Wer sich auch immer das gerade ausgedacht hat. Das hat, glaube ich, nicht so funktioniert, wie er wollte. Aber okay. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe hier schon mal kurz vorgelegt, wie er sich in der Räsen hat. Ähm. Soweit ich weiß, sind wir vorne rechts mit. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Ja, vor allem. Oh, schau. Wollen wir hier mal gucken? Ja. Ja. Okay. 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 Was denn? Oh, ich will irgendwie hier nicht runtergehen. Ich aber. Äh, geh vor. Ich will trotzdem noch nicht. So, okay. Hier kann ich stehen bleiben. Passt. Oh, toll. Jetzt habe ich ums noch mehr erwartet, ohne Witz. Ja. Vor uns sind alle. Wie viel ist das? Na, vor uns sind wirklich alle Tische einfach explodiert. Ach, hier. Außerdem läuft es. Guck mal, guck mal zurück. Das war mir so klar, dass genau das gerade passiert. Ich bin natürlich ein guter Spieler. Ich habe auch darauf geachtet. Oh. 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 Äh, ja. Jetzt müssen wir halt nicht mehr, wo wir zurückkommen. Ja, doch. Oh. Ah. So, jetzt wird uns noch eins. Ähm. Wo ist das? Da müssen wir, welchen Weg gehen wir da? Gehen wir nochmal so. So zurück, oder was? Warte, was war das noch? Ich glaube, eingangs sind wir noch nicht gegangen. Ja, achso. Von da kommen wir. Ja, kamen wir. Weil sonst können wir, glaube ich, hier auch nochmal zurückgehen. Ja, dann sind wir nicht gegangen. Ja, wo es so in den dunklen Korridor da lang ging. Ja, genau. Ah, da freue ich mich ja unbedingt. Ja, da freue ich mich ja auch noch. Also bis jetzt habe ich nämlich noch keinen, würde ich gerade sagen. Bös auf den hier. Scheiße, ja. What? Was hat man gerade? Warum, was? Was? So. Okay, ich glaube, meine Herzfrequenz ist gerade 180 zu noch was. Alter. Was hatten wir gerade noch gesagt? Ja, uns fehlen ein paar Schockmomente. Ich habe gerade eben das hinten, dieses scheiß Dreieck da gesehen. Und habe mich nur drauf verziehen. Ja, aber nicht meine Mühe zu. Es stand nicht dein Name drauf. Ja, doch. Ach, unten, ne? Stand das? Ja. Da war so eine Lampe, äh, gekennzeichnet zu meinem Namen. Ich bin ja gesp... Du bist nur übrigens richtig. Äh, richtig. Nicht durch. Richtig. Ja, ich glaube schon. Aber ich bin echt gespannt, was dann hinter dieser großen Tür ist. Ja. Und da du die Aufnehmende wüsstest, also du auf Frau gehen. Ja, oh, wie ich mich freue, dass ich unbedingt aufnehmen wollte. Ja, ansonsten wäre ich so über sich in die ganze erste Liga. Mache. Ich glaube, da lang, oder? Ja, ja. Okay. Oh. Oh. Zwei Getreckerautomaten des Todes, wie es scheint. Oh. What the fuck? Oh, ich habe... Ich habe gerade vor lauter Schreck einfach alles ausgemacht. Oh, kacke. Oh. Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Ey, zum Glück habe ich das ohne Cam gemacht, Alter. Boah, Alter. Okay. Das sah so krass aus bei dir. Ey, das war auch richtig übel, ohne Witz. Oh, richtig einladend. Oh, ja. Das war gerade wirklich einer der schlimmsten Momente bis jetzt im Spiel. Oh. Meine Maus ist einfach gerade nur über den Schreibtisch geflogen. Einfach so. Ich habe extra noch gesagt, ja, ich bin für sowas nicht gemacht. Ich bin ein Angsthase. Oh. Ja, ich... Na eigentlich, ich kann zuvoll gehen. Viel Spaß. Oh, willst du mich verarschen? Ich weiß ja, wie das immer bei dir aussieht, ey. Ich guck dir da voll zu haben. Okay. Man könnte ja auch einfach mal im Dunkeln spielen. Einfach mal so. Aber sie ist mir viel zu wenig. Ne, das ist mir nur das Wasser. Aber wenn die so eine schimmende Taschenlampe noch eingebracht hätten oder so. Ja, das wäre auch nice. Oder wie bei Slinderman, dass die Taschenlampe irgendwann immer weniger wird. Langsam kann man sich hier schon denken. Ja, also es ist... Ähm, okay. Äh, ihr wollt mich jetzt da ausschauen. Sollte irgendwas im Wasser sein? Ähm, war das... Von wo... Wo sind wir denn gekommen? Ach so, hier ist... Ne, what? Hä? Ah, hier! Hä? Wieso ist hier auf einmal was Neues? Ach, hier sind mehrere Gänge. Das ist wie ein Labyrinth aufgebaut, wie es scheint. Oh mein Gott. Ist das nicht? Ah, da ist der Lapp. Aber schön, dass du vorgehst. Danke. Ja, bitteschön. Ach, erst mal weiter fliegen. Ich hab hier... Ähm, ja... Ist das wichtig? Ist das? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas aus Holz? Das ist richtig. So ein Schild. So ein Schloss, ne? Ne, kein Schloss. Ein Schild, ne. Ach so. Aber so ein Schild. Ach, stopp. Ah, okay. Ja, okay, so will ich es auch erkennen. Ja. Da drüben ist irgendwas, was wir einsetzen müssen. Ja, wieder so ein Förmchen. Oh, hier kommt irgendwas. Das weiß ich jetzt schon. Ich hab fast keine Moon mehr. Ja, du hast es gesagt, ich weiß. Da drüben ist noch einer. Da ist nochmal ein Tor. Ich hab 52. Okay, da hast du mehr. Ey, komm, jetzt muss ein guter Schocker kommen, Alter. Hier ist ein Spiegel. Hier muss ein guter Schocker kommen. Okay, Blut. Das wird wahrscheinlich kommen, wenn... Ah, ich hab Schlüssel. Okay, jetzt wahrscheinlich gleich. Komm, komm, komm. Ne, du musst wahrscheinlich aus dem Zimmer rauskommen. Oder rausgehen. Okay, nicht. Ach. Ist das ein Spiegel rein oder nichts? Ey, ey, ey. Ähm, aber ich weiß trotzdem nicht, wo der jetzt hin soll. Das ist GLP. Das ist, glaube ich, ein Code. Okay. Ich glaube, das sollte hier hin. Ja, was soll... Der Schlüssel nicht. Wo ist der Schlüssel? Achso. Okay, dann lass uns mal weitergucken. Okay. Ähm, ja. Anscheinend nichts. Da drüben ist eine Tür. Ah, vielleicht für die Tür. Ne, glaube ich. Ja, also... Ah, siehste! Was hab ich gesagt? Oh. Ähm, okay. Ein ganz... Langer Gang, wie es scheint. Okay. Okay. Das hab ich geahnt jetzt gerade. Dass sowas passieren würde. Ja, ich auch. Nein! Ähm. Mein Keller? Sieht irgendwie nicht so einladend aus hier. Ne, irgendwie blick ich auch gar nicht mehr durch. Oh, ja. Das schlau ist immer gerne. Einladend. Ah, hier sind... Guck mal, hier hinten sind Codes. Ich weiß zwar nicht, wofür wir die brauchten. Da steht in der X1. Ah, ähm. Ähm. Was soll denn da? Regen wie aufschreien. Ja. Übernimmst du das, oder? Ne, bei mir ist dunkel. Ähm. Ja, achso. Ähm. Also zumindest steht da sicherlich hier... Zwei, 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 zwei. Ja. Erstmal rumstehen wir. Ja, genau. Das macht sie gut in der Aufnahme. Ach, das ist irgendwie... Irgendwas, die nicht mehr brauchen wird. So, zum Beispiel das da. Okay. Also. X-1. So. So. Okay. Wollen wir mal weiter gucken? Äh, irgendwo war noch irgendein Code. Bin mir... Ah, ja. Stimmt, bei den Kisten. Da sind wir grad vor... Aber da kommen wir ja nicht mehr so zurück. Das war hier oben. Wo die Kisten auf einmal so explodiert sind. Ah, ja, genau. Na, komm mal schau. Ja, na klar. Ja, na klar. Ah, guck mal. Genau. Hier war er glaube ich. L4. Hier. Wo? Zurück. L4. Okay. L4. L4. Boah, da muss man ja richtig aufnutzend sein hier. Ja, hätte ich auch gar nicht gedacht. Das sah so unscheinbar aus, die Map. Mhm. Okay, hier ist jemand geplatzt. Passt. Weil da siehst du... X, G, B, äh... Ach stimmt, da müssen wir die Zahnen einsetzen. Ah, okay. Das war mir ja natürlich bewusst schon. Ja, deswegen wussten wir es ja auch jetzt sofort. Ja, natürlich. Guck mal, schon wieder so ein Teil. Ganz klar. Ah, guck. Perfekt. Oh, Blu-Screen. Oh, 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 oh. Oh, das sieht schlecht aus. Windows kackt übelst ab. Ja. Nee, das scheiß recht mal heutzutage. Schlimm, schlimm. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht, wo es weitergeht. Deswegen muss ich... Nee. Nee, aber hier waren ja noch mal andere Räume, ne? Ist doch ganz schön groß, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten wäre es ja irgendwie ein bisschen wickrig. Ja. Und uns fehlt immer so das Förmchen. Mhm. Und da drüben war doch, glaube ich, nichts mehr. Bin mir nicht sicher. Nee, aus der Sicht nicht. Ja, das ist das Ziel hier, dass du mich einfach mal mit... Meinst du, dass wir runtergehen müssen? Warte, von dort kommen wir doch schon. Ja, ja, aber von dort noch irgendwelche Zahlen holen müssen. Nee, ich glaube, das wäre zu viel gedacht. Nee, das wäre echt behindert. Wir können es ja nicht vorher wissen, also. Ja, stimmt schon. So, nehmen wir das doch mal mit, um versuchen, das da reinzulegen. Vielleicht ist das Witzel, das nicht funktionieren, oder? Ja, okay. Ja, vielleicht wollen wir das. Okay. Aber dann weiß ich nicht, wohin. Ich denke, wir können auch irgendwas hier in dem Raum machen. In welchem? Nein, in diesem Serverraum. Eigentlich, weil hier liegt zu viel Zeug. Da hinten ist Kabel, Lage. Aber das wäre jetzt wirklich mager, wenn wir jetzt hier abbrechen müssen, weil wir einfach nicht mehr weiterkommen. Das wäre safe. Zumindest wenigstens. Ja, okay, wir wissen nicht, wie wir das passen. Ja, das wird auf jeden Fall brechen. Man kann es am wenigsten mal versuchen. Okay. Ist genauso, wie wenn man ein Dreieck versucht, äh, ne, ein, 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 ein Viereck in ein Dreieck, äh, also ein Viereck in so eine Form von einem Dreieck, versuchst, reinzulegen. Ja. Man kann es immerhin versuchen. Ähm, okay. Also irgendwas machen wir falsch gerade noch. Bis jetzt haben wir zwei Buchstaben haben wir bis jetzt, ja. Ich guck mal hier hinten. Gehen wir doch mal hier hin. Ist da unten irgendwo irgendwas. Also müsste ich das Förmchen bräuchten, sonst kommen wir nicht weiter da hinten. Ist hier noch irgendwas gewesen. Sieht nicht da hinten irgendwo noch aus. Kann man das vielleicht dazu? Ne, kann man nicht. Ah, hier hinten, ah, guck mal hier runter. Also G3, schreibt jetzt mal auf. Ich hab was gefunden. Oh. Hinter den Flaschen, wo wir reingeflogen sind. Bin gerade hinter dir. Warte. Okay. Zumachen wir G3. Dann fehlt uns noch eins. Wir könnten jetzt sogar auch ein Ratespielchen machen und einfach eine neunte Zahl probieren. Oder eine zehnte. Wäre auch eine Möglichkeit, aber das wäre sehr unprofessionell. Oder amateurhaft. So. Jetzt muss man ja in jede Ecke reinschauen. Oh, je. Hier, ich hab's. Ah, es war mir so klar. Komm nochmal zurück. Zu diesen Gang, die verschlossen sind. Es war mir so klar, dass es da irgendwo drin sein muss. Ja, hier steht's natürlich genau an der Seite. P7. Okay, P7. Das war's, ne? Dann haben wir alle zusammen. Das war's. Also. Okay, der war schon gut. Ich kann doch nichts eingeben. Warte mal. Dann sag mal den ersten an. Okay. Äh, eins. Ähm. Was? Kann's auch nicht. Ah, doch. Das ist egal. Das muss error sein. Warte. Warte, warte. Warte. So, jetzt sage. Also, eins. Eins. Vier. Äh, nee. Halb. Äh. Äh. Drei. Drei. Ähm. Sieben. Sieben. Und die vier. Ah. Ah, da haben wir auch die 10. Super. Sehr schön. Irgendwas will ich ja noch besser sehen. Jetzt will ich es haben. Jetzt will ich aber trotzdem noch kurz in den Spiegelraum schauen. Ja, da. Man hätte so viel machen können daraus. Oh ja. Wahrscheinlich hat man schon den Spiegel gesehen und dachte sich, ne, ne, da gehe ich nicht rein. Okay. Okay. Okay, das ist schon mal ein Land. Mhm. Moon. Okay. Wie viel Moon hast du noch? Ähm, 280. Also, das ist so locker. Das reicht doch. Das ist sowieso anders. Ich habe schon wieder so ein dreckiges Schild gefunden. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Was ist das? Okay. Ah. Wir müssen wahrscheinlich... Okay. Ja. Dann kommen wir mal hier rein. Warte, ich will erst mal von außen gucken. Ah, ich muss Hauptraum. Na, ich gucke mal hier in den Raum rein. Okay, der ist zu. Super. Ja. Deswegen dachte ich mir schon, dass da irgendwas sein muss. Ja, sehr gut, dass ich natürlich vorgehe. Ja, natürlich. Also, danke. Also, Leute, ne. Wenn es euch zu langweilig ist, dann bedankt euch bei Alejandro. Ich werde auch extra nochmal verlinken, damit ihr eben richtig schöne Hass-Mails schreiben könnt. Oh nein. Oh nein. Ernsthaft? Nein. Nein. Ernsthaft? Ähm, das ist schlecht. Ein Moment. Ein Moment. Ich will mal schauen, ob du noch weiter... Ach. Tönerst du dich jetzt, oder was? Ja. Ja, anders geht's ja gerade nicht. Ja, okay. Dann warte ich hier so lange. Das sind nicht wahre Kameradschaft. Ja. Sich für einen anderen zu opfern. Ach, man muss ja noch gegen die ganzen Scheisse. Ja. Oh, nee. Wie dauern so eine Hegigkeit. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Mal Kameradot selber. Kameradschaft weiß ich natürlich. Ja. Wurde natürlich sehr groß bei dir geschrieben. Dafür danke ich dir auch sehr. Ach, du warst eh nicht. Ach, nee. Da gibt's noch einen Kanal. Oh, Mann. So, wie geht's hier nochmal weiter? Ich glaube, rechts oder so musst du meistens... Äh, rechts, rechts glaube ich. War das. War das ein Kupfer? Ja. War so. Übrigens, ist man schneller, wenn man die ganze Zeit noch anspringt. Du kannst auch mit Schiff trennen, das willst du? Ja, ja. Aber wenn man... ... und danach springt, ist man noch schneller. Okay. Ah, ja. Also, wenn man flüchten muss... Na ja, das ist ja schon das Kupfer, das ist das erste Wissen. Also, werden mich doch keine Plans kommen. Na ja, das geht glaube ich noch ein bisschen, das Let's Play. Je nachdem, wie lange die Karte geht. Also, wir sollten ein bisschen Abstand hintereinander lassen, sonst passiert genau das gleich wieder. Oh, ja. Deswegen warte ich auch. Boah, weh, jetzt kommt irgendwas, Alter. Oh, bitte. Wahrscheinlich wieder so ein komischer Schatten, wenn es... Oh, nee. Oh, zum Glück. Puh. Und schon wieder so ein Schild. Was soll denn dieses ganze Schild überall? Es ist... Es ist so... Keine Ahnung. Wo bist du? Ich bin hinter hier gewesen. Ach so. Ja, ähm... Okay. Mensch. Ach so, hier ist... Ah, es ist schon da. Es ist schon da. Ich hab's auch gar nicht gesehen. Oh, Leute. Ich dachte, das wird jetzt ja irgendwie so vollständig mit diesem komischen Metall. Ja, hab ich auch gedacht. War nur gut. Okay, das sieht... Wenn jetzt nichts kommt, dann fress ich einen Besen. Also, nicht wörtlich nehmen, okay? Nicht wörtlich nehmen. Warte. Nicht im Ernst. Jetzt müssen wir die ganzen Schilder holen, oder was? Ja. Oh, ich wusste es. Es war mir so klar. Siehst du, was hab ich dir vorhin gesagt noch? Ja, wir brauchen das bestimmt. Ah, ich hab schon mal eins gefunden. Ah, okay. Oh, nein. Das sieht aus... Ey, guck mal. Das sieht aus wie so ein bisschen der Schrei, oder? Das Gemälde? So ein bisschen. Ja. Oh, ich hab sowas in kein Bock mehr, Alter. Ist das, hä? Ja, ich hab schon mal das nächste. Du kannst... Damit du auch schön fit bleibst. Ja. Und nicht wieder durch die ganzen Leichen und so laufen musst, natürlich. Genau. Oh, ich bin bei der Rolle gefallen. Ach, schade. Mit dem Bild. Das wäre schlecht gewesen. Oh ja, das wäre schlecht. Weil ich glaube, das Spiel ist noch nicht so fortgeschritten, dass es dann sagt, okay, komm, spawnen wir nochmal das Bild neu. Ja, also... Wo war denn eigentlich das erste Bild, was wir jemals gesehen haben? Pfff, das ist ne gute Frage, ne? Also... Ja, genau. Ich glaube, da brauchen wir auch noch irgendwo eins. Ja, da geht's auf jeden Fall nicht so lang. Für dich. So, wir haben knapp die Hälfte. Also, wir haben genau die Hälfte gerade mal. Warte, das ist eher weniger eine großen Lipp, sondern mehr eine Fickern Lipp. Ja. Ja, super. Aber ich habe mich trotzdem... Ich habe mich bis jetzt natürlich auch noch nicht erschrocken. Also, das ist ganz easy gewesen. Einmal unten. Deswegen, ich kann auch keinen Horrorfilm mit Freunden oder so schauen oder mit meiner Freundin oder Ex-Freundin. Da habe ich mir... Also, ich habe mich einfach so derb erschrocken und die machen sich immer auch so einen Spaß draus. Wenn man diesen spannenden Szenen erschrecken, dann erschrecken sie mich einfach zu Tode. Oh ja, das kenne ich so gut. Würde ich am liebsten jedem in die Fresse schlagen. Das passiert mir aber auch ziemlich, ja. Also, dass ich selber einen ziemlich schönen Schritt nachvolle bekomme. Also, eigentlich kann ich Haus spieler, ah nicht wirklich zuhause, wie z.B. Sandman oder so. Ja, das ist übel. Aber Dead Space 1 war auch richtig übel. Dead Space habe ich tatsächlich nicht gespielt. Dein Ernst? Weißt du, wie alt du spielst? Ja. Was ist denn mit dir los? Ich würde es verstehen, wenn du den dritten Teil nicht spielst, weil der kacke ist. Der zweite Teil ist auch kacke. Also, noch nicht so kacke wie der dritte. Aber noch lange nicht so gut wie der erste. Aber du musst wenigstens den ersten Mal gespielt haben. Das ist ja nicht zu fassen. Dann hol dir unbedingt das Spiel. Das ist, glaube ich, auch kostenlos auf Origin oder so gewesen. Oh. Ja, dann, ja, okay. Ja, super. Grusel viel. So. Und bei Erschock 1 fand ich gruselig. Zumindest, wo ich das erste Mal gespielt habe. So, vier Teile fehlen uns noch. Bei Erschock? Ja. Ernsthaft? Ja, der erste Teil. Da habe ich mich erschrocken. Okay. Ich sehe mich nicht. Ja, ich weiß, du bist ein übelst hartes Typ, Mann. Ja. Ach, Mann. Hier ist ein Bild. Hier ist ein Bild. Nein, da ist ein Bild. Da. Da, da. Ja, dann nimm. Nein, nimm du. Ich gucke weiter. Ja. Ich bin wieder hier, alles klar. Ja. Du bist mein Sam, Alter. Ich habe Schlüssel. Ich habe Schlüssel. Super. Ja, sehr schön. Wahrscheinlich für die Tür hier. Genau, beim Bild. Sonst war nichts mehr, oder was? Ne. So weit ich gesehen habe. Leut. Okay, dann doch fehlt die Tür. Okay, hier sieht man nichts. Da mache ich mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Da ist ein Bild. Okay. Ja, das Kabel darf natürlich wieder in meine Tür. So sieht es aus. Ja, okay. Jetzt finden uns immer noch zwei Sachen. Also, ganz zum Anfang kommt man übrigens nicht. Außer wenn man stirbt. Wenn man hier unterfällt und unten im Schacht habe ich zumindest nichts gesehen. Okay. Okay. Ah, das ist natürlich super. Starz, Mann. Deswegen liebe ich auch solche Spiele, wo man sowas sammeln muss. Boah, ich hasse wohl das. Ja, das war auch gerade nur Sarkasmus bei mir. Ja, weiß schon. Äh, weiß ich. Nur ich muss mein Sensor noch dazu reden. Ach, Mann. Na, dann wird es doch ein bisschen länger, das Let's Play. Schön. Geht so aus. Und dann, nach stundenlanger Suche, ja, du musst einmal ins Wasser springen und sterben, um das letzte Teil zu finden. Ja. Dann würde ich aber richtig upragen, Alter. Ich auch, ey. Ich glaube, man kann nicht mehr so sterben. Man müsste, wenn, dann kill eingeben bei der Konsole. Okay. Okay. Vielleicht unten beim Wasser liegen ein Bild. Ah, der ist, nee. Okay, hier war der Schlüssel im Bad. Hier wurde, glaube ich, gar nichts. Verstehe ich nicht, wo die scheiß Bilder noch sind. Das verstehe ich leider auch nicht. Dann müsste hier wahrscheinlich sogar noch eins sein. Weil hier haben wir gar nichts gefunden bis jetzt. Wo? Also hier, wo ich bin genauso, wo du bist. Ach so. Doch, da haben wir die zwei gefunden. Nee, aber nicht. Hä? Ja, die Buchstaben, ja. Ja. Aber Bilder habe ich hier bis jetzt nichts gesehen. Okay. Ja, aber dann brauchen wir ja gar nicht mehr weiter zurück zu gehen. Da muss es ja an dem Weg sein. Von hier ab. Eigentlich. Ja. Ja. Das hast du wieder aufgenommen beim Zerberraum. Was? Nee. Boah. Ich glaube, hier lang. Glaubst du, irgendein Bild wird unten im Wasser sein? Also ich hoffe es nicht. Also das wäre ja wirklich dumm. Also so dumm könnte wirklich kein Entwickler sein, um sowas zu machen. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen, da hast du recht, ja? Ja. Wollen wir natürlich hier keine Namen nennen? Oh. Aha. Jetzt weiß ich auch, wen du hier hinausfließelst. Ja, das sieht schlecht aus. Oh ja. Oh, dein Ernst, Alter. Hinter einer Säule war das. Rechts von diesem Bild war ja so ein großer Raum mit vier Säulen. Und hinter einer Säule war so ein Teil. Ernsthaft? Also, wir müssen richtig genau gucken, Alter. Wow. Das kriegt mir jetzt schon an. So, eins fehlt uns noch. Ah, eins. Wo höre ich hier eins? Das würde ja noch fehlen, wir beenden den Part. Weil uns ein Teil fehlt. Oh ja. So wird es wahrscheinlich auch sein. Oh, bestreiß nicht. Ich habe da schon eine ganze Zeit Angst davor. Aber ich sehe es leider auch kommen. Ja. Da wird es einfach nur an so einer Behindertenstelle sein, wo kein normaler Mensch nachguckt, weil da es keiner verstecken würde, so ein Teil vom Bild. Oh ja. Genauso, warum sollte ich ein Teil vom Bild hinter einer Säule verstecken, wo sowieso keiner langläuft? Eigentlich. Ja, stimmt schon. Aber du dachtest, dass ich da entdecke? Ja, nee, nee, nee. Du musst jede Ecke untersuchen. Damit den Spielern noch mehr Grauhaare wachsen. Ja. Und kein großer Faktor mehr da ist. Ja. Also, die sind einfach dann nur noch genervt, weil sie dieses Teil nicht mehr finden. Okay, okay. Also, hier bin ich mir eigentlich sicher, da ist nichts mehr. Boah, leck mich doch am Arsch, ey. Wo ist dieses scheiß Teil? Ach, Mann. Das ist ein Teil. Und vor allem, es könnte überall versteckt sein. Es steht ja nicht mal irgendwo wohl nächstens, dass in einem Bereich nur zwei sein können oder so. Nein. Nein. Als ob. Ich finde ich wichtig, die Leute haben ja Zeit, ne? Ja, schon. Die haben ja kein Real Life oder so. Oder müssen nicht schlafen oder so. Nee. Ach, das ist sehr lustig gerade. Ohne Witz, wenn ich einfach verzweifelt bin, springe ich einfach ins Wasser. Also, komm, ich hoffe, es wird ja schon überall durch. Aber ich finde echt nichts. Deswegen. Also, so wie es scheint, haben wir auch irgendwie einen Gottmode an. Ja, irgendwie aus irgendeinem Grund schon. Ja, aber ich habe wirklich nichts aktiviert. Hm. Aber naja, okay. Passiert, ne? Kann man nichts machen. Jo. Alter, wo ist so ein Teufel, Mann? Ich springe ja sowas schon die ganze Zeit, um auf Schimpel zu gucken, aber nicht. Ja, da hochkommen wir ja nicht mehr, wo wir herkommen. Unten im Labyrinth. Also, was habe ich eigentlich jetzt, also laufe ich gerade lang? Das dürfte eigentlich nicht mehr da sein. Nee. Wie dürfte nicht mehr da sein? Na, weil ich im Wasser bin. Also, ich habe mir jetzt abgegangen. Wow. Ach, ja. Ein Teil, es war mir so klar. In einem Teil. Ja, 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 schon klar. Wo ich allein schon das Bild gesehen habe, dachte ich mir auch, nee. Ja, 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 ja. Ich will mal kurz was gucken. Wenn wir es nämlich nicht finden, ich will natürlich nicht hier betrügen oder so, leider. Aber es macht ja keinen Sinn, wenn wir das jetzt hier umsonst machen. Oh, ja. Wo die letzte Seite ist, oder was? Äh, Seite. Genau, das letzte Teil. Nee, sonst würde ich das hier nämlich spawnen. Hier gibt es ja, können wir auch an sich alle spawnen. Ah, ja, stimmt. Ähm, ja. Okay, das gucke ich mir dann später an. Was? Wie man das macht, weil ich habe irgendwie keinen Plan, wo das genau ist. Mit den Teilen. Ja. Ich finde es sehr gut gemacht, dass du hier alles an sich spawnen kannst. Finde ich auch. Wie man vorne in unserer Aufnahme sieht. Die zwar nicht sehr viel geworden ist, aber... Ach, das ist nicht richtig gut gewesen. Ja, lustig war es auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall. Die war wenigstens so stressig wie die hier. Oh, ja, lustig. Vielleicht krieg ich schon Leichtkopfschmerzen wegen dieser Map. Ja, ich auch. Ja. 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 Ich spring jetzt einfach ins Wasser. Ohne Witz. Okay. Kann ich gar nicht. Ich kann nicht runterspringen. Okay, das muss ich. Ja, aber... Also Leute, ich scheiße euch nicht. Es geht wirklich nicht. Ich kann nicht runterspringen. Wtf. Wtf. Das ist richtig schlecht. Ja, unsichtbarer Wand. Auf jeden Fall. Nur Kugeln können durch... Ja. Theologisch ist nicht, wie nur Material ist. Ja. Oh, liebe Entwickler, ey. Dann baut wenigstens doch so eine kleine Hilfe ein, dass wenigstens eine Karte da ist, wo man sieht, wo die ganzen Stücke sind, ey. Oh, ja. Aber nein, ich weiß natürlich... Ich weiß, ihr wollt uns den ganzen Spielspaß, den wir jetzt natürlich gerade übelst haben, nicht vermasseln, nicht vermasseln. Aber das ist ja sowas, wie ich gesagt, dass sie bis vorn. Nur, ich hab schon... äh... gesucht, aber nichts gefunden. Na, guck nochmal ganz kurz, sonst helfe ich dir auch gleich. Ich will nur mal ganz kurz nochmal gucken. Ich will nur mal ganz kurz, sonst helfe ich dir auch mal ganz kurz, sonst helfe ich dir auch mal ganz kurz. Okay, guck ich auch mal. So, das ist jetzt hier kein Bescheißen, aber... Okay, es reicht jetzt. Ja. Oh, das Schlimme ist, ich finde es nicht. Ja. Ich leider auch nicht. Ich weiß aber auch nicht, wo genau ich gucken soll, deswegen. Ist auch nicht. Ich weiß nicht. Okay. Okay, das war das Falsche. Boah, das mag ich ja so richtig. Das ist herrlich, ne? Oh ja. Da denkt man sich, ja, das hat sich richtig gelohnt, bis hierher zu kommen. Oh ja. Ja, Waffen habe ich jetzt gefunden, das ist super. Ja, das ist fast das Richtige. Ja, ne? Auch von der Größe so. Von der Wartgebung. Das ist ja hier auch zum Beispiel. Das ist ja ein Bild, aber das ist nicht das, was wir brauchen. Ja. Deswegen müssen ich noch wüsste, wie die scheiß Karte nochmal heißt. Sonst frag mal Schottie oder so. Oder die anderen beiden, die haben sich ja auch untergeladen. Einen Moment. Du bist nämlich Schade. Verbindungen. Aber jetzt, ob die das wissen würden, wo noch jedes einzelne Bild war. Das weiß ich jetzt. Ne, das haben sie ja nicht gemacht, aber zumindest wie die Karte heißt. Dann können wir am wenigsten mal nicht cheaten, sondern einfach mal gucken, wo das letzte Bild ist. Also dann über Google gucken. Also, das schaffen wir sonst hier einfach nicht. Das geht nicht. Ich weiß ja auch nicht mal, wo ich hier reingucken soll. Wo das angeblich sein soll. Okay. 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 Das ist schlecht. Das geht nämlich nicht zu bewegen. Die anderen haben keine, äh, also haben, 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 viele beim Säunen. Warte mal, das ging doch auch. Gegenseitig. Warte, wir kriegen das auch noch anders hin. Also Leute, es tut mir wirklich leid, aber meine Geduld ist jetzt gerade am Ende. Ja, meine ich natürlich auch. Das geht eigentlich auch auf. Das geht eigentlich auch auf. Ah, ja, ich hab's. So. Wir haben's natürlich, das letzte haben wir natürlich gefunden. Deswegen ist es aufgegangen. So. So, dann wollen wir. Huuuuh. Nice. Okay. Oh, okay, das sind natürlich nicht viele. Nein. Und es kommt natürlich noch mehr. Oh ja. Und ich hab' keinen Moon mehr. Okay, gleichfalls. Ah, der Stick ist ganz schön stark, Mann. Oh ja, das stimmt. Und jetzt ist es bestimmt extra eine Bestrafung, weil wir, naja, was übersprungen haben. Das wäre natürlich nice. Wahrscheinlich ist es auch nicht so vieler Raum. Ah, das vergaß ja noch. Alter, was ist denn jetzt hier los, Mann? Keine Ahnung. Es kommt noch mehr. Vielleicht in die Gegend. Also, langsam muss doch hier genug sein, Mann. Ist gut. Ist es kalt vielleicht? Vielleicht nicht. Ah, okay, hier kommst du auch nicht durch die Tür? Nee, klar, klar. Ich denke, ich bin auch nicht. Das war schon wieder mit dem Aufhören. Also, die spawnen irgendwie die ganze Zeit immer hinterher. Ja, das ist ein wenig kuri... Okay. Das war schon vorher so. Nee, das ist gerade ganz schön kacke, dass es hier nicht zu beenden geht. Schieß mal auf die rote Kugel. Vielleicht passiert irgendwas. Ja, mach ich jetzt ja. Erst mal ein einfaches Baum. Erst mal Ruhe haben. Und davon gehen müssen. Jawohl. Oh, das kann nicht sein, Mann. Wenn wir wenigstens wüssten, was wir hier machen müssen, noch. Ah, das. Ja, aber Leute, ihr seht, ne. Also, es geht nicht weiter. Was auch immer man hier machen sollte. Es kann ja nicht sein, dass wir hier Ewigkeiten gegen die Gegner kämpfen müssen. Ah, ich glaube, das ist ein ganzes Ziel. Was ist? Ich glaube, das ist ein ganzes Ziel. Ja, also... Ja, also... What? Ey, ganz ehrlich, da hat immer noch... Niemand hat überlebt. Was? Ähm... Congratulations, you... You're on the map. No, enjoy the win room. Ich sehe nichts. Ah, konkurriert sich vielleicht ein Tibo an der Mat. Jetzt, den Win-Room und das größte Mat in der Workshop. Jetzt können wir leider nicht die Win-Room enjoyen. Ähm, ja. Damit wir vielleicht die Zuschauer sehen können. So, jetzt. So, die Map ist von Jukka191. Steam-ID, könnt ihr euch selber hier abgucken. Nice. So, ich übersetze mal. So, 100% der Männer haben nicht King Kong auf diesem Bild gesehen. Ja. Ist ja erklärlich warum, ne? Also, ist ja leicht, ne? Zwei Gründe sehe ich gerade. Girl of Duty Blackcocks. Nice. Oh mein Gott. Da hat er noch die Füße von dem anderen. Ja. Oh mein Gott. Ja. Checkst du? Nee. Meine Freundin ist, äh, Windows. Sie ist 7. Windows 7? Ach so, sie ist 7. Ach ja, jetzt. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Okay, okay. Okay, es ist schon ein bisschen später. Also Leute, vergebt mir das. Das ist nämlich gar nicht schlecht. Den würde ich mir unbedingt im Kino angucken, Mann. The Walking Ted. Ach so. Jo, liebe Leute. Dann frage ich erst mal noch den Alejandro. Hast du noch irgendwas zur Map zu sagen? Wie hat sie dir so gefallen? Scheiße. Also, ähm, als Grusemap war die zwar ab und zu mal Gruselig, wie man an deine Reaktion manchmal gesehen hat. Ja, also, kann ich mich nur der, also dir anschließen. Also, für mich war es natürlich um einiges gruseliger als für dich. Das hat man ja gemerkt. Aber sonst zum Beispiel auch das letzte Rätsel, wo wir dieses Bild dort zusammensetzen mussten, das war einfach nur, naja, kacke. Sagen wir es mal wirklich. Ja, deswegen musste ich natürlich ein bisschen cheaten, damit wir sonst, äh, sonst wären wir nicht weitergekommen. Und, ja. Also zumindest, ich weiß nicht, wie viele Maps du schon gemacht hast. Wenn das deine erste war, dann war sie wirklich gut, muss man sagen, für deine erste Map. Ja. Aber wenn du schon mehrere gemacht hast, also hier musst du auf jeden Fall noch ein bisschen nacharbeiten. Also, die ist doch nicht wirklich ausgereift. Jo, Leute. Das war dann mein erstes, äh, Let's Play dann, von Garry's Mod. Und von solchen Maps, so Horror-Maps. Also das war jetzt natürlich kein Horror-Map an sich groß, aber es sollte eine Horror-Map sein. Und, ja. Dann danke ich natürlich dem Alex Randroh, dass er mit mir das hier gespielt hat. Ja. Ich danke dir auch, dass ich dabei sein kann. Bitte, bitte. Und, ja. Wenn ihr noch ein paar Maps gespielt haben wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich beende jetzt die Aufnahme. Ich habe außerdem nur 10 FPS gerade. Das ist perfekt. Neun. Okay. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss